Komm steig ein, wir sind 5 Leute Digger! Nicht töten, ne? Oh mein Gott. Eher Mann, Mann. Der fliegt aber ein bisschen behindert. Ja, der ist ja auch geil. Ich fliege schön. Ey, da ist die Kiste, die hole ich mir erst mal. Ja, die will er haben, weil er auch kein... Ja, ist schön. Ey, Digger, der tötet uns gleich alle. Ey, Fick! Wo ist der? Nein, warte, ich geb ihn Mini. Ey, komm mal runter. Nicht töten. Gib mal die Waffe. Geht weg! Geht weg! Geht alle weg! Geht alle weg! Digga! Hör doch auf, Junge! Geht alle weg! Geht doch mal weg! Er soll Mini gönnen. Geht alle in die Knie. Da, Mini. Da ist der König, Junge. Geht alle weg! Tschüss! Tschüss! Alle mit Flugzeug! Geht alle weg! Mit Hascherus! Mit Riss hier! Nein, mit Flugzeug! Geht alle mit Mini. Geht alle weg! Er soll nie kommen! Er will dort mit mir kommen! Da ist er! Da! Er will looten! Ja, dann gehen wir mit ihm looten! Oder seine teammates ficken uns gleich! Oder er fickt uns gleich! Ich bin in der Waffe! Nein, Mann! Er ist sicher! Er ist sicher irgendwann! Hat jemand zwei Waffen? Ich habe nicht mal eine! Da unten ist das Team von ihm! Nein, glaube ich nicht! Ja, wieso schießt du uns danach? Der hat uns Waffen! Der gibt uns Waffe! Wir sind mit Riss gegangen! Wir sind mit Riss! Wir sind mit Riss weg! Ach nee, weiß ich auch! Jetzt habe ich alle 10 Ballons! Digga, pass auf, dass er uns sich aus Versehen tötet oder so! Wie wird sie gesnibt? Ich wohn die Zone! Ich wohn die Zone! Wenn er einen von uns anschießt, ne? Alle gehen auf ihn, okay? Ja, Mann! Ich habe einen Klärmer Raketenwerfer! Nein! Oder ich töte ihn! Nein, mach keinen Scheiß mehr! Ich töte ihn! Hey, Digga, wie ehrenlos, Mann! Hey Digga, wie ehrenlos, Mann! Machst du auch gerade den Livestream? Ja, mach ich, aber töt ich ihn! Digga, wie ehrenlos, Mann! Kommt alle mit ihm! Ich habe Angst, dass er uns gleich tötet, so weißt du! Wir sind vier Leute, wenn jemand von uns tötet, tötet ihn auch! Ganz einfach! Er kann nicht vier Leute auf einmal töten! Das geht nicht! Doch, kann ja! Digga! Digga, was kann ich doch nicht die ganze Zeit freu mich! Ich kann nicht mal weiterlaufen, du bist gewohlt! Die Zone kommt, Jungs! Ja, die haben verkackt! Kuckuck! Ich versuche mir einen Quatsch holen und hol euch ab! Du kannst nur einen abholen! Ja! Scheiße! Ich hole auch einen Quatsch! Wir müssen die Team... Aber ihr seid drei Leute, ne? Einer muss verrecken! Ich habe fünf Verbände, ich kann mich heilen! Ich will irgendwie die anderen Typen da lieber holen! Steht da noch ein Quad für mich? Da steht nicht ein Quad! Bei mir steht da ein Quad, aber egal! Ja! Hallo, geh in die Zone, geh in die Zone, geh in die Zone! Hat er... Ist er immer noch bei uns? Hat er überlebt? Hallo, Leute, ist er bei euch? Bis jetzt nicht! Tag! Tag! Er ist da! Ich habe ein Medkit für ihn! Er ist da! Ey, gib ihm doch das Medkit! Gib mir mal Bendys junge Scheiß drauf! Ja! Hier! Weil du... Ja! Ich... Erst was ohne laufen, weil... Die Zone kommt gleich! Ja! Gegner vor uns! Ist wirklich schon ein Ehrenmann, Alter! Wir müssen den halt beschützen! Der beschützt er uns, glaube ich! Der spielt solo gegen Squat, Junge! Ich glaube, das war Zufall, dass wir uns mit dem befreundet haben, ne? Und er will mit uns weiter befreundet sein, damit er nicht so ein 30er rüberkommt, so! Ja, Mann! Ja, Mann! Vor allem, er... Alter! Erweiter sind 7-2-Spieler blind geworden! Boah! Da vorne sind... Gegner, ne? Ja! Also eine! Und mir hat alle besten Loot, ich habe nur eine Pistole, Digga! Nein! Nein! Von oben! Von oben! Hallo, von oben! Nein! Ey, Digga, Mann! Ich hätte gerne mit dem Bus wäre! Ich guck mir das... Ich guck mir das jetzt nochmal an! Wer es war! Den möchte er als Freund haben! Ja, Mann! Dann lad ihn gleich in die Party ein! Ich guck! Er muss... Er ist safe! So Amerikaner, Chinese, Japaner! Ich muss erstmal Wiederholung angucken! Ich muss erstmal Wiederholung angucken! Wer es war! Es kommt eine pinke Tarnung rein, ne? Eine pinke Waffentarnung! Ja, ich weiß! Ich weiß! Und in Camouflage, so ganz normal Camouflage, wo einer drauf ist, der Emote, äh, der Loser, äh, die sind nicht Loser Emote, sondern Standard Emote! Es kommt eine Marshmallow-CD rein! Es kommt eine Marshmallow-CD rein! Es kommt eine Marshmallow-CD rein! Dann schick mir mal das Video bei Whatsapp, dann guck ich es mir auch an! Ich bearbeite jetzt kurz auf dem Laptop den Live-Squeen! Wollen wir jetzt gerade mit diesem Spieler gespielt habe, zuschneiden und so! Und ja! Ich bin richtig, das ist ein bisschen, das ist wie ein bisschen und so! Ich bin richtig Hey, darf ich ja sagen, also, es gibt Mohammed Al-Azen. Heißt der? Ja. Ja, dann schreib es und lad ihn rein. Mo. Ja, dann schreib es. 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 es ist schon seit monaten draußen also ein paar monate und draußen ist man die eis map bleibt aber dort guckte dann season 8 fehler wird auf jeden fall das mit den dracheneiern sein ja chill mal ja Es... Alex macht es bereit. Schöner. Fortnite, Flood 3, SSO, 8. Es wird alles überflutet sein. Muss nicht immer alles stimmen was da ist. Ich hab's doch schon gesehen die Videos. Mach's bereit Alex. Halt die Fresse. So meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut und ihr hattet einen schönen Start ins neue Jahr 2019. Ja Alex, mach's bereit bitte. Tschö mal kurz. Oha. Oha. I야, ich sag's gut. Und meine Freunde. Ich hatte es endlich. Das ist nur der Season 6 und 7 Battle Pass, aber im Hintergrund hast du Take the L, den Tanz aus dem Season 2 Battle Pass. Falls das nicht dein Gameplay ist, tut es mir auf jeden Fall leid. Also natürlich kann es ja mal vorkommen, dass es nicht mein Gameplay ist oder ich auf einem anderen Account gespielt habe oder das Gameplay von einem Freund kommt. Deswegen solltet ihr nicht sofort urteilen, sondern könnt ihr gerne in den Kommentaren fragen. Natürlich, dieser Kommentar war sehr nett formuliert. Es gab aber noch zwei, drei andere Kommentare, die auch zu diesem Thema waren. Aber diese Kommentare waren echt, ja, gemeint formuliert. Wer kommt? Wo, bei dir? Ja. Ja, weil es Kapital wie das gleiche wie letztes Mal. Ja. Wieso nicht? Hä? Fakt, das nimmt niemanden ab, oder, Kapital? Was? Die Map, die wir da vorhin letztes Mal gespielt haben, nur noch vor zwei, drei Stunden. Und schon hier. Der hat so nicht abgefuckt. Bei, wer, wer, bei dir? Ja. Na, geht so. Die Rennstrecke. Ah, ja, die haben wir heute gespielt. Ja, meinte ich. Die hat mich auch gefuckt. Der hat gar nicht abgefuckt. Wartelbütteln. Stattest du bitte das Spiel? Ja, warte, ich muss gerade was machen. Was ist das? Zum Paaruhren und Kämpfen. Was ist der große Tor? Der Schwanz, der jeden Tag von deiner Mutter in den Arsch geschoben wird. In dein Arsch. Deine Mutter schiebt ihren Schwanz in deinen Arsch. Kannst du ja nur deinem Wissen gemacht? Oh, ich habe Ausfütteln mit Metall gebaut. Nur mit Holz bauen, okay? Hm. Erzweig ihn auf mich. Habe ich dich angehittet? Habe ich dich angehittet? Sag jetzt. Habe ich dich angehittet? Habe ich dich angehittet? Missgeburt. Ich rede mit dir. Dein Vater redet gerade mit dir. Du wohnst. Tschüss, palu! Ja, LVP gehabt. Hey, Junge, ich melde dich jetzt. Wurde dir auch mal Zeit. Guck, er trifft jeden Schuss. Guck, jeden, jeden. Guck, er trifft jeden Schuss. Erstmal melden auf den Nacken. Hacker. Hacker. Mach mal deine Hacks aus, Junge. Ich hab noch nie eine Hacks. Ja, ja, ja. Hab ich auch nicht. Ich hoffe, dein Account wird von Epic Games gebannt. Das sind keine Hacks, aber... Normalerweise treffe ich jeden Schuss, also. Das sind keine Hacks. Normale Runde triffst du nicht einen Schuss, ne? Jetzt, äh, auf einmal, ne? Du willst nur nicht in eine normale Runde gebannt, dass keiner dich meldet, ne? Hauptsache, eine normale Runde meldet dich keiner. Guck, guck, guck. Das ist ein Hacker. Ich hoffe, äh, Junge, mach mal deine scheiß Hacks aus. Mach doch deine scheiß Hacks aus, Kapital Kick, den man bitte. Ich hab keinen Hacks. Ja, wieso triffst du dann jeden Schuss? Einfach jeden? Wenn er abholt, wenn er den Gott ist. Ja, ähm, ich treffe ja auch jeden Schuss in seine Mutter rein, ne? Aber, äh, das heißt nicht, dass ich hacke, ne? In seine Mutter zu treffen mit meiner Wichse ist was anderes, so, ne? Guck, jedes Mal Headshot. Was ein verfickter Hacker. Guck, jeden Schuss. Was ein Hacker. Kapital Kick ihn bitte, diesen Hurensohn. Ich bin kein Hacker. Halt deine Fresse. Ja, Kapital. Ich möchte ihn mit Kapital kämpfen. Hä? Hähihi, Häh, haäh, und Krap. Wie ist Krisen? Lunghä, verpisse dich aus meiner Map, Alter, ganz ehrlich. Du Hex ja eh nur Und Hacken ist ehrenlos Mit Hex zu spielen Verpiss dich doch du Missgeburt Geh 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR in deiner mutter habe ich euch schon gemacht ich gebe euch keine nein gibst du nicht nur eine mögliche dem kommt ein der menschen ja ja deswegen habe ich ja noch 13 api nid ums geburt ich bin nicht gut und fort mit in kreativen modus aber ich bin gut in deiner mutter zu spritzen was das war mein anderes ich alex halt die fresse klau deine sprüche nicht bei mir du musst geburt hast du zu wenig sex oder was ist gut deine frau deine freundin macht nicht so gut das sex weißt du wirst du mal gefangen gut er trifft jeden schuss missgeburt du kleiner verpüßt sich doch die kiefer husten ja bestimmt da kann nur mittags spielen das sind richtige missgeburten hurentochter alter er kommt dann geht den mal ehrenlos was bringt stamm wenn er hält er trifft jeden schuss bei dir aber nicht bei den anderen so was was jetzt kommt noch mein scheißbruder er was für die huren so Das war's. der huren sohn ja wieso wieso redest du so leise junge hast du meine eier schon wieder am mund der alex kommt von der seite war das immer noch 200 dafür nein ich habe 52 du kannst einfach nicht bauen war mein bruder hext auch auch melden hacker junge hacker der meine eier nutzen und verpiste ich kapital kick den oder ich verlasse kann ich ja nicht wo du meinst du kicken aus dem spiel aus dem spiel kann ich ja nicht natürlich das spiel warte doch mal du gehst auf zu schießen du bist gewohnt keine anderen ob ich du gehst auf option durch die taste in der mitte rüst und rüst das touchpad feedback feedback nein touchpad in der mitte nicht diese kleine taste sollen diese große taste so ganz große option und danach allerdings ja und danach kannst du ihn kicken hast du gemacht ja klar ehrenlos huren sohn digger miskut wieder davor wartet alter hey digger man kicken doch mal junge ich verlasse ja relax mal du kleine pasta ich kann ja nicht wenn ihr die ganze zeit nicht tötet mein gott wo ist sein name die auf playstation nein du gehst auf option stumm schaltet befördern nein nicht befördern sondern entfernen weiter nach unten weil du nicht töten kann weitergehen ist er noch in der lobby hey man so kriegt die maus der party ich spiele ich spiele was anderes endlich alter guck mal in der runde hat er keinen einzigen schuss getroffen ne was leckt kapital deine lobby schon wieder auf es schließt doch nicht ab junge ich kann gar nichts machen ja gib mir gruppmann hättest du mir gruppmann führer gegeben dann legt es nicht junge lass mal verlassen du hast schlechtes ein bisschen schlechteres internet und du bist gruppmann führer verstehst du ja ja und dadurch dass du gruppmann führer hast heißt es dass du mehr dinge dass du dein wlan auch auf uns übertritt dass du Vielen Dank.